ich glaube es sind zwei ja es sind zwei und ich sitze in der falle warum sind jetzt zwei ich weiß nicht ist das timet oder werden es einfach mehr mit der zeit mit 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 das problem ist ich kann keine zwei von denen aus manövrieren jedenfalls nicht so einfach mit 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 nam ist mit 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 Das war der Knopf für die Seite. Das war falsch. Hat die eine Maschine gerade die andere zerstört? Das wäre natürlich sehr nice, wenn das jetzt gerade passiert ist. Ja, ist tatsächlich passiert. Es liegt hier sogar der Schrott von der Maschine rum. Gut, das gibt uns etwas Luft zum Atmen. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine. Das muss ich überlegen. Ich muss... Das Problem, der wird mir da in die Quere kommen. Scroll of Flame Wave. Kennst du sie bereits? Das ist okay. Oh, fuck. Okay. 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 die wegen nichts gelten die kann ich einfach so aufsammeln so erstmal hier in aller Ruhe umsehen Slug Shunk kann vergiften was hat mir das jetzt gebracht nichts okay im Norden im Norden hat sie gerade irgendwas geöffnet hat er gesagt ich habe übrigens auch das Grinding von Stone auf Stone gehört gut Das war's für heute. Warte mal kurz, ich kann doch irgendein Blitzfeld, Forcefield, Elektroquemite, Pulse, äh, das da genau. Du müsstest auch sowas können. Detonate mein Explosive Mind. Da kommen die kurz drückt. Stay off the path, little insects, we are warning you. Wow. Das hat jetzt aber so viel gebrocht. Ich glaube, mit der Biene habe ich mich selber kaputt gemacht. Silence, Siphon Item, come Monster. Das hat hier doch nicht hier aufgemacht. Aber hier gibt es auch noch was, was ich einschlagen kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich gehe jetzt mal wieder.